der kaiser hat gerufen und ich bin natürlich wieder da herzlich willkommen zurück zu einer neuen anu news ich bin benji ich begrüße euch hier auf dem original anu news kanal ja das nächste anu steht im start anu 117 oder 117 ich weiß nicht wie man das am besten aussprechen soll oder einfach anu 9 genannt ja das ist das nächste anu welches wir jetzt in diesem format weiterhin begleiten werden und ich freue mich darauf mit euch gemeinsam in die welt des römischen imperiums mit euch abtauchen zu können anu 1800 ist ja mehr so auf see und so weiter ausgelegt gewesen und ich denke mir und ich könnte mir vorstellen dass mit dem nächsten anu mehr kontinentale expansion stattfinden wird dass wir uns mehr auf dem landweg bewegen werden dass das militär vielleicht sogar landmäßig ausgelegt wer weiß wer weiß nein wäre schon interessant wenn das so kommen wird und natürlich wird uns halt auch viel wirtschaft städte bau schönen bau erwarten ich meine wir werden wunderbare städte im römischen zeitalter errichten können also so wie das kaisers natürlich befehlen und zeitgleich starten auch jetzt im juni einige live streams und natürlich auch ein kleiner wettbewerb dass man eine statu mit ins spiel holen kann vielleicht eine statu von sich selber die community muss halt nur zusammenarbeiten und ansonsten steht heute noch am 18 juni um 17 uhr auch noch mal ein live streamer auf twitch den link dazu werde ich euch auch noch mal unten in der bio reinhauen dort könnt ihr doch mal frei bei schauen und die ersten infos zu anu 117 parks roma raus sollen ansonsten bedanke ich mich dass ihr eingeschaltet habt ich wünsche euch einen schönen tag noch und bis später euer benji haut rein und bis später euer benji haut rein